Ich möchte gerne Leitern von lokalen Gruppen noch einen Tipp geben, wie der Energiefluss verbessert werden kann oder anders ausgedrückt, wie man schaut, welche unbewussten Hindernisse man in den Prozess einbaut. Also das gilt jetzt insbesondere für Gruppenleiter, die verantwortlich für das Setting sind, also den Raum einzurichten und so weiter. Was ich immer wieder sehe, was ich sehr oft sehe, ist, dass bei lokalen Gruppen der Leiter oder die Leiterin etwas in die Mitte stellt, etwas Schönes. Also es wird ein Kreis gebildet und in die Mitte stellen dann die Gruppenleiter oder Leiterinnen einen Blumenstrauß hin oder eine Kerze oder sogar Nahrungsmittel oder Getränke. Das ist nachzuvollziehen. Warum das passiert? Ich erkläre das auch noch im Detail, aber was wichtig ist, das ist nicht förderlich für den Prozess. Daher bitte ich alle Leiter von lokalen Gruppen, dass ihr das nicht macht. In die Mitte zwischen euch gehört nichts. Da steht nichts. Da sollte nichts stehen. Ja, also das ist nicht Teil des Gruppenprozesses, wenn ihr es trotzdem macht, dann macht ihr es halt so. Ja, es ist eine Empfehlung, weil das den Fluss stört. Also bitte stellt nichts in die Mitte von euren Sitz- oder Stühlkreisen, wenn ihr den lokalen Gruppenprozess macht. Das ist wirklich eine Empfehlung. So, warum Erklärung ausführlich? Zunächst, wo kommt eigentlich das her, das tun zu wollen? Das ist natürlich der Versuch durch Geben an die Gesamtheit das Energieniveau zu erhöhen. Damit ist erstmal nichts verkehrt. Das ist ja auch so. Tatsächlich geht die Energie hoch, wenn ich in die Mitte einer Gruppe was sehr Schönes platziere. Das ist schon korrekt. Das ist so. Die Energie geht hoch. Aber nur ein Stück, weil das über die physische Ebene passiert. Das zieht die Energie auf die physischen Sinne, auf die Sinneseindrücke und der Energieanstieg ist nur minimal. Aber die Motivation daraus, die ist ja absolut nachzuvollziehen, die ist ja auch gut. Gut, ich gebe etwas, ich tue etwas Schönes für alle in die Mitte und damit erhöhe ich die Energie. Das ist ja sowieso das Grundgesetz oder eins der Grundgesetze, die ich ja immer beschreibe, um Energie ins Fließen zu bekommen, um das Ganze eben zu transformieren. Das heißt, die Motivation, die da kommt, die ist schon richtig. Nur wie das dann ausgelebt wird über die Physis, über einen Gegenstand, das ist eben nicht der ideale Weg. Noch schlimmer ist es, wenn es um Nahrungsmittel geht. Weil, was passiert da? Ein großer Teil der Aufmerksamkeit und des Energieflusses, die geht dann eben nicht direkt zwischen euch. Also das fließt nicht direkt zwischen euch, wie es sein soll. Sondern es geht immer über das Objekt oder die Objekte, die da in der Mitte sind. Einfach weil der ganze Organismus davon abgelenkt ist. Und wenn es sogar um Nahrungsmittel geht, dann erzeugt das so viel im Organismus, dass 50% eures Austauschs in die Nahrungsmittel gehen. Das heißt, es ist wie so ein indirekter Durchfluss. Und wer aufmerksam ist, der spürt das. Könnt ihr ja auch mal ausprobieren. Also setzt euch im Kreis hin und tut was in die Mitte, was Schönes. Und dann tut das mal raus und spürt mal, wie sich das anfühlt. Und dann tut ihr mal was zu essen oder zu trinken in die Mitte. Und nehmt es raus und guckt, wie sich das dann anfühlt. Wenn es um Nahrungsmittel geht, dann werdet ihr kaum noch Energiefluss direkt zwischen euch haben. Dann geht alles in die Nahrungsmittel. Das ist einfach die Biologie. Das können wir nicht umgehen. Das sind autonome Dinge im Organismus. Aber einfach zur Erklärung, dass das halt überhaupt nicht hilfreich ist, auch wenn es gut gemeint ist. Also lasst es bitte weg. Ihr wollt ja einen Austausch. Ihr wollt einen Austausch zwischen euch. Und das geht eben über die Sprache, über das Mitteilen und vor allem das Zuhören. Und da sollte nichts abgelenkt werden davon. Wenn ihr jemanden anschaut, während ihr sprecht und gleichzeitig ist im Blickfeld, was zu essen und zu trinken oder sogar eine Kerze, die sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, wie viel von eurer Aufmerksamkeit geht dann zu dem, der gerade spricht? Und wir brauchen ja die ganze Aufmerksamkeit, damit möglichst viel Energie durchfließen kann. Also das ist wirklich eine Bitte, ein Hinweis. Lass das weg, auch wie gesagt, wenn es gut gemeint ist. Das sind alles einfach unbewusste Dinge für Menschen, die nicht ständig damit zu tun haben. Die merken das nicht oder sind sich dessen nicht bewusst. Deswegen der Hinweis dazu. Lass das weg, auch wie gesagt, wenn es gut gemeint ist.